Die Wetterhelden Hallo, mein Name ist Daniel und ich komme aus Mönchengladbach. Wir stehen heute vor der Kirche, heute wird geheiratet, das Wetter spielt mit. Am Samstag wird es leicht bewölkt, aber warm. Das Thermometer steigt dabei auf maximal 26 Grad. Hallo, mein Name ist Marcel und ich komme aus Mönchengladbach. Heute ist mein besonderer Tag und ich werde gleich heiraten. Und ich darf Ihnen heute das Wetter präsentieren für den Sonntag. Der Sonntag beginnt grau. Im Laufe des Tages verschwinden die Wolken aber. Und die Sonne scheint und das bei bis zu 22 Grad. Ich heirate jetzt, daher habe ich jetzt nicht allzu viel Zeit. Aber ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende.